hallo und herzlich willkommen zurück zu die karte wie wir haben jetzt gelöst 97 das heißt elf fritze viel mit der seite noch und ich nehme an dass diese würfel ich auch mit zu zählen so genau siehst du das machst die karte auf und denn ist da so ein grauer 81 508 so ich bin jetzt hier oben auf die rote treppe rauf ja hier hinten bei diesem büsch über schietteile fliege teil ich weiß auch nicht ob das denn sind das denn auch die sachen die man findet oder sind das alles nur rätsel ich glaube da gehören die sachen mit den findungsrätseln da auch dazu hast du das hier schon ja das habe ich schon dass wir mal eben sagen dass man es auch nicht gehabt auch noch ein nicht schon wieder mit dunklen bereichen ich hasse habe ich dir geschickt ja danke das ist nicht mein rätsel echt jetzt da kenne ich irgendwo ja so wie du probleme hattest mit diesen über den tellerrand denken oh ja ich sag mit diesen scheißdingern wir ergänzen uns ziemlich gut ja wenn es an unlogische dinge geht oder so bin ich top und wenn es an logische dinge geht das geht doch noch mal kurz auf die sache damit jeder fertig wird da ist und moritze da ist ein tor aber ich glaube da müssten jetzt alles haben oder ist der insel vielleicht kriegt man nachher ja doch so gerät zu finden oder sowas den 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 guten tag auch ich noch vier logik raster und hast du hier schon das vorhin das tor habe ich schon ja das habe ich da vom rätsel das habe ich auch nicht das war relativ einfach das war relativ einfach die 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 ich davon jetzt das habe ich noch gar nicht 1 2 3 4 5 6 da tritt habe ich mich auch noch nicht gelöst warum und das habe ich auch noch nicht ach das ist das noch so und dann so geht das hier müsste weiß und dann ist es schwarze 246 hier müsst ihr schwarze 26 hier müssen im weißen aber auch nicht 34 245 das kommt aber auch nicht hin wir machen das so und so da gehört kein weiß auch kein weiß auch nicht da gehört dann ein schwarzer okay Weiß. Wie macht man das denn hier so am besten? Den bist du ja eigentlich. Der muss weiß. Der muss weiß. Der gehört nicht schwarz? Okay. Dann gehört der schwarz? Der gehört schwarz. Der weiß? Schwarz? Schwarz? Okay. Dann gehört der weiß. Der weiß. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ah, okay. Ah, jetzt habe ich's. Ich hab's auch. Okay. Super. Perfektomatik. Oh Gott, da fehlen mir noch zwei blöde Raster. Rasten? Rasten und ein Rasten noch. Äh, wo wollen wir das jetzt mal stehen geblieben? Warte mal da oben, hatte ich das schon? Da kann ich mir so aus. Was will ich das nämlich noch nicht hätte? Doch, das hab ich. Das hab ich schon. Das hast du schon gemacht. Das hast du schon auch schon gemacht. Da drüben auf dem Palast habe ich noch einen nicht. Und dann... Ein Rasterwürfel. Du musst doch wohin. Genau das hier. Das hab ich noch nicht. Ui. Ja, das zeigt mir leider auch nicht mehr an. Das hab ich das jetzt mal schon gemacht. Da kann ich jetzt gerade nicht weiterhelfen. Guck mal. Ich versuch, ich versuch jetzt einfach mal mein... Mein Glück. De, 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 oh Mann. So. Da war nicht mehr darüber sprechen, wie wunderschön das eigentlich ist. Ich mein, wir rasen hier ziemlich durch, aber... Das ist wunderschön hier. De, 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 de... So schön, wie allein das Wasser da runterrutscht. Den haben wir auch noch nicht. Das wir müssen jetzt ja ein 98 haben, okay. 98. Ich weiß nicht, ob wir unbedingt alle machen müssen. Keine Ahnung. Nein. Aber vielleicht kriegen wir nachher ja noch... Ich hab's. Upgrades irgendwie noch. So, jetzt fehlt mir noch. Wenn man noch einen Kombi-Würfel und ein Rätsel. Ein Kombi-Würfel. Du hast ja wahrscheinlich nur nicht den großen unter die Teile, oder? Unter was? Da wüssten du. Äh, ich darf gerade zum anderen Tempel hin, dem gegenüber. Geflogen? Ja, ich muss oben auf den Berg. Oh, das war falsch. Ich bin falsch gelaufen. Ich bin falsch gelaufen. Da bin ich. Ach, okay. Ich hab nur diese Blubberblase da hinten gesehen. Ich hab leider noch eine Methode so gut. Wie? Also, das geht sich ja auch schon? Ja, das hab ich schon. Das hast du schon. Gut. Gut. Du fein gemeint. Okay, dann einmal rüber fliegen zur Insel. Kannst du hier schon alle Würfel? Den bin ich mir tatsächlich gar nicht so sicher. Den großen Würfel hab ich schon. Den großen Würfel hab ich schon. Den großen Würfel hab ich schon. Den großen Würfel hast du. Das hab ich auch gestern schon gemacht. Ach, nein. Das tut mir nein. Wie kann ich das hier jetzt machen? Das sind scheiß zwei Bereiche. Das müssen wir nur die perfekte Ecke finden. So gehen wir mal davon aus. Da muss ein schwarzer. So hin. Da muss ein schwarzer hin. So. Das wiederum heißt, da muss ein schwarzer hin. Das wiederum heißt, da weiß, da weiß, da weiß. So. Da und da. Okay, das sollte klappen. Das heißt, da und da. So. So. Dann muss da schwarzer hin. Oh. Das kommt ja wohl nicht mehr da. Oh. Hier muss das. Dann muss da schwarzer hin. Dann muss da weiß, weiß, weiß. Aber hier hatte ich jetzt alles weg. Das soll ich das. Da weiß. Das wird. Das wird. Da weiß. Da schwarz. Hier bleibt weiß. So. Das geht nicht. Es geht nicht. Da muss schwarzer hin. 1, 2, 3, 4. Ja, gut. Da muss. Auf jeden Fall kein weiß, das geht nicht. Oh, ist oder nicht? Kommen wir mal einen Kuss gucken. Da muss ein schwarzer hin. Da muss ein schwarzer hin. Da kommt bei 99. Alles klar. Ah, sind. Da muss da hin. hin, dann kommt hier ein schwarzer, dann kommt ein weißer, weißer, weißer. Nein, und jetzt habe ich mich verballert. Jetzt hast du dich verballert. Warum? Es geht ja nicht anders. Ich muss ja da überall weißen machen. Es geht nicht anders. Ich kann dir das nicht sagen. Wenn ich da einen schwarzen hinmache und den weißen da einfach hin, dann muss ich hier einen weißen hinmachen, kann hier einen weißen hinmachen, so. Wiederum kommt da dann weiß und da schwarz, so. Dann kommt da weiß. Da muss schwarz hin, weil sonst klappt das alles nicht da auch. So, da muss auf jeden Fall ein schwarzer hin, da muss ein schwarzer hin, da ist aber dann auch schwarz. Oh, also muss das reichen. Also geht das nicht schon wieder. Dum dum dum. Hä? So. Komm, der Endlot. Da muss auf jeden Fall ein schwarzer hin, aber dann darf kein schwarzer hin, also weiß, so. Wie denn? Dann ist da eigentlich schwarz. da kann dann auch nur ein weißer hin, also ist das auch schon wieder hier falsch erreicht. Ja. So. 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 dann hast du da einmal die kleine insel da ist ein stein unter und halbkreis mit kreuz unter der insel müssen wir vorne gehen das sind jetzt die markierte stelle achten da ja und dann ist und da ist noch einer ich hatte ihn gerade anvisiert aber christus sind das ist millimeter arbeiten das ist so gut dann fehlt mir jetzt nur noch einen rasterwürfel ein rasterwürfel ein rätsel noch also ein kombinierungsrätsel ja eins was ein bisschen einfacher ist ja dann gucken wir doch irgendwo da drüben irgendwo eins ist das habe ich schon da ist das da ist noch eins in ecke habe ich schon das hast du schon gut ob wir tun wir auch noch eins dass du das schon das habe ich auch schon ja das hast du auch schon hier ist keins mehr hier war doch noch irgendwo eins auf dem berg eine andere seite hast du das da auf dem berg schon dieser hügel der da ist das war es dann erst mal mit dieser folge und wir sehen uns denn in der nächsten tschüss